Ein zehnjähriges Mädchen ist verschwunden. Ich bin gebeten worden, herzukommen. Mein Spezialgebiet ist die Erinnerungsforschung. Ein eiserner Grundsatz besagt, dass man niemals Zeugen persönlich befragt. Dann arbeiten Sie ab heute eben anders. Ich habe Ihnen erzählt, was ich weiß. Das ist immer noch an mir zu entscheiden. Ganz vorsichtig. Wie sah der Mann aus? Ich weiß nicht. Aber Ihr Kopf, der hat es trotzdem gespeichert. Nein! Ich bin auf Ihrer Seite. Wäre es okay, wenn ich sage, fick dich und deine Frau? Nennen Sie mir den Namen. Vielleicht hat er noch anderen Menschen wehgetan. Acht Zeugen. Jetzt streamen. Auf TVNOW.